Da sind doch die Herren. Der andere ist noch oben gelaufen, der kann jetzt noch oben schießen. Er will mich abstechen, er hat mich abgestrochen. Ist doch rechts hoch, oder? Du siehst wohl schon was. Ach so, ne, ich noch nicht, bei mir ist noch schwarz. Muss die Augen aufmachen beim Zocken, Junge. Alter, da war er wieder. Stürmt vor, Genossen. Oh. Hier kommt schlechte Erinnerungen mehr hoch. Ich hab mich langsam auf der ganzen Karte. Vorsicht. Nichts zu sagen. Nein, stopp. Ja, gib sie ihr, zeig sie ihr. Ja, noch eins. Ja. Das war ne böse Idee. Warte mal, ich guck mal, ich hab hier Kegengiftspritzen. Soll ich da einer verpassen? Ach so. Alter, macht sie alle, ich bin der Kippel. Da sind doch die Herren. Wie ne Scheißausflieger. Ja. 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 Da ist schon wieder ein, lebensbald weniger. Das haben sie doch richtig gelohnt, das gerade. ja die zwei anderen schaffen wir auch noch wo ist er hin ich bin drinnen und mache gerade den gegenüber den Panzern weil da immer noch gehen wieder raus ja geradeaus würde ich sagen ich bin drinnen und ich bin drinnen und wir sind ziemlich nah das ist sicher tot das ist noch so ein Fettsack kann man den rechts umgehen irgendwie so eine Mauschen drauf passen der Fette ist doch blind da oben ist eine Fliegenschlampe ich habe nicht geschossen wo ist das Ding jetzt? wo ist es? da hinten naja aber das war doch was hast du jetzt die zweite schon zugemacht? also ne dann müssen wir ja können wir dann nicht ich werde davon nicht schauen wir mal ich muss nimmst du so Fettsack bis gleich bis gleich bis gleich oh warte da ist Muni ne ist nicht bis gleich was ist gleich noch vor Stechen, willst du? Mach du hier. Sonten dich. Alter, ich komme in die Ecke. Wo war der Penner? Keine Ahnung. Alter, ich komme aus. Ich sehe ihn, was ich hab'n. Der schießt da drüben aus dem großen Gebäude. Der muss Kopfkrieg quit. Cool. Warte, jetzt soll ich da eine Bombe reinschlenkern. Der andere ist noch oben drauf. Der kann jetzt gut oben nach oben schießen. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ui, hat meine auf dem Pelz gebrannt. Auf dem feinsten. Da oben ist er. Achtung, da kommt was. Er will mich abstechen, er hat mich abgestrochen. Du bist da unten. Ey, Prestige 10, Alter. Mach dich auf was gefasst. Der ist unten, ja. Ey, wo kam der rein? Okay. Der ist wohl intelligentere oder auch Schultz. Die haben noch pass'ne. Ich hab das wohl leben. Oh. Kackte dich. Dieses mal der Macron.